Hey Leute, ich bin's wieder, Drache Charo mit LP hintendran und es wird Zeit für ein neues Infovideo für die Saison 2020 mit Vorschau, was alles auf uns zukommen wird, Änderungen bei meinem Kanal, nix böses, keine Angst und als erstes und an sich allerwichtigstes eine Entschuldigung wegen 2019. Wahrscheinlich habt ihr gemerkt, dass ich meinen Pflichten gegen Ende des Jahres nicht mehr nachgegangen bin, aus unterschiedlichen Gründen und dafür muss ich mich wirklich entschuldigen. Das ist natürlich nicht korrekt gewesen von mir, ich habe einfach keine Transparenz bewiesen und ich werde versuchen, mich dieses Jahr zu bessern. Teils werden Sachen noch nachgereicht, so wie zum Beispiel Luigi's Mansion, wo mich jetzt ein Kollege von mir darauf aufmerksam gemacht hat, auf Discord, dass die Episoden ohne Kommentar aufgeladen worden sind. Das war ein technisches Problem, das habe ich jetzt auch beheben können, ergo werden die 20 oder so Episoden noch nachgereicht, jeweils täglich, einfach weil die groß sind und das dauert, es hochzuladen nochmal. Und ja, hoffentlich, also ihr müsst mir nicht vergeben, das war nicht in Ordnung von mir und ja, ich danke euch trotzdem, dass ihr noch da seid und auch noch teils fleißig weiter kommentiert, wie ich jetzt bei den Episoden von Ätna gesehen habe. So, also, gut, Schritt Nummer 1 erledigt. Jetzt kommt Schritt Nummer 2. Aufgrund der Tatsache, dass ich das Ganze seit 2018 gefühlt nicht mehr im Griff habe, habe ich jetzt einen Community Manager. Und auf YouTube heißt er Chrissy Doppelpunkt 3 mit einem Goldini-Icon und seine Aufgabe ist halt basically die von einem Community Manager, wenn ich es nicht hinkriege aufgrund von Unistress oder sonstigen Stress, weil mein Leben in den letzten paar Jahren einfach eskaliert, nicht zu antworten, wird er das quasi in meinen Namen und unter Absprache mit mir erledigen. Also, nicht wundern, falls auf einmal ein Goldini ständig antwortet. Unter anderem wird er auch gucken, dass die Playlists stimmen, dass etwaige Links korrekt durchgeführt sind und dass Episoden nicht ohne Kommentar oder mit anderen Störungen hochgeladen werden. Ich bin ihm dafür sehr dankbar und trust me, es war schwierig genug, mich dazu zu bringen, zuzugeben, dass ich Hilfe benötige. Also, ist das ein Schritt in die richtige Richtung. Und dadurch sollte unser YouTube da sein. Für mich jetzt wird weniger Stress verbunden sein, weil das war einfach nur so ein Cycle of Guilt, Anxiety und, und, und. Also, hoffentlich wird dann 2020 wenigstens communitytechnisch besser laufen. Das bin ich euch ja an sich auch schuldig. Gut, also, Entschuldigung, Community Manager. So, 2020, was kommt? Wie ihr es vielleicht schon mitbekommen habt, habe ich jetzt diese Woche mit meiner Master's Phasis, also meine Masterarbeit, angefangen. Und das bedeutet, dass ich jetzt ein Jahr lang, ein bisschen mehr als ein Jahr lang, einen unterschiedlichen Beschäftigungsgrad haben werde. Ich weiß also nicht, wie viel Arbeit noch auf mich zukommt. Sehr viel auf jeden Fall. Was natürlich wieder bedeutet, dass es teils zu größeren Pausen kommen kann, wenn ich zum Beispiel nach Deutschland muss, um da irgendwelche Fossilien einzuscannen, sowas halt. Und um transparent zu bleiben, werden ich oder mein Community Manager das auch announcen in, wo auch immer das announcen wird. Ich kenne mich dann mittlerweile nicht mehr so aus mit einem neuen YouTube-Studio, etc., etc. Und ja, ansonsten, was geplant ist, eigentlich Projekte ohne viel Off-Screen-Arbeit, sowas wie jetzt zum Beispiel Edna bricht aus. Wahrscheinlich kommt dann direkt nach Edna auch Harvest Neue Augen. Und ich habe noch ein paar englischsprachige Projekte momentan in der Aufnahmekiste. Die werden dann aber erst hochgeladen, sobald mindestens ein Drittel oder die Hälfte im Kasten ist. Einfach weil Details länger brauchen zum Editieren, etc., etc. Das ist natürlich auch relativ aufwendig. Und ich will da nicht, dass dann nur quasi Episode 1 irgendwie zwei Monate rumdümpelt, ohne dass dann nachher was kommt. Und ja, das wäre eigentlich alles von mir, was ich sagen wollte, oder? Jo, also 2020 hoffentlich ein Jahr mit mehr Transparenz, weniger Tragödien und hoffentlich Projekten, die euch auf jeden Fall gefallen und mir auch Spaß machen und keinen Stress mehr bereiten. So, an dieser Stelle will ich euch endlich allen wieder herzlich danken dafür, dass also für Langzeit-Abonnenten, dass ihr immer noch da seid. Teils auch für euer Verständnis, dass ihr, eben, dass ihr noch da seid. Und ja, auch natürlich an die ganzen neuen Abonnenten, die dann durch die neuen Projekte dabei sind. Dann hoffe ich, dass 2020 jetzt wirklich ein erfolgreiches Jahr ist für mich, auch OT-technisch, weil ich will ja meinen Master machen, ich will meinen Masterabschluss. Und das ist halt das Let's Player-technisch, dass das wieder Spaß macht und nicht einfach in unnötigen Stress für alle involvierten Parteien endet. So, das war jetzt ein bisschen lang, aber TL, TR, ihr seid toll. Ich will mich bessern und wir kriegen das hin. Das kommt gut und seid bitte nett zu meinem Community-Manager, er macht das freiwillig und sehr gerne. Und ja, also, ich danke euch dann vielmals fürs Zugucken, wenn ihr bis zum Schluss dabei wart. Und dann hört man sich wahrscheinlich wieder bei Edna oder bei den Luigi's Mansion-Teilen, die jetzt noch hochgeladen werden. Ja, und bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif und lasst euch nicht unterkriegen. Ciao.